Hallo Leute! Willkommen zu einem Let's Play von Alan Wake. Ja, Alan Wake. Ja, und der Semi ist gerade bei mir und wir spielen sozusagen vor einem PC und denken mal, es wird ganz lustig werden. Nee, vor einem Holzklotz, weißt du? Okay, dann starten wir mal das Spiel. Nein. Mach leicht, mach leicht. Komm, wir machen leicht. Wir wollen noch den Zustand spielen. Okay, komm nochmal. Machen wir mal. Stephen King schrieb einmal, Albträume existieren außerhalb der Logik. Es bringt wenig, sie erklären zu wollen. Sie sind die Antithese der Poesie der Angst. In Horrorgeschichten fragt das Opfer ständig nach dem Warum. Aber es gibt keine Erklärung und es sollte auch keine geben. Das ungelöste Geheimnis verfolgt uns am längsten und ist das, woran wir uns schließlich erinnern. Mein Name ist Alan Wake. Ich bin Schriftsteller. Erschreckt euch nicht, ich hab keine Vorbereitungen. Ich hatte schon immer eine rege Fantasie. Aber dieser Traum hat mich aus der Bahn geworfen. Er war wild und düster und sogar für mich ziemlich verrückt. Schlicht? Ja. Steht ihr aus dem Augen? Es begann mit einem Traum. Für einen Albtraum typisch war ich zu spät dran und musste dringend mein Ziel erreichen, einen Leuchtturm. Es gab wichtige Gründe, an die ich mich nicht erinnere. Um dort hinzukommen, fuhr ich auf der Küstenstraße zu schnell. Ich hatte den Anhalter zu spät gesehen. Die Leiche. Er war tot. Ich war überzeugt, dass ich im Gefängnis landen und Alice nie wiedersehen würde. Das war ein bisschen Shit. Hey, move. Ich habe so Respekt, diese Spielzuftung. Letztlich war seine Leiche weg. Ich stand noch unter Schock und konnte mich kaum auf den Beinen halten. Kennst du die Beine nix? Ja, ist die. Oh. Du brauchst die nicht hin. Wolltest du noch dran? Aber wenn du die brauchst, anders. Ja. Okay, lass es einfach so. Ich musste zum Leuchtturm. Etwas wichtiges wartete dort auf mich. Leuchtturm. Ich nicht. Komm, da oben. Geh in die Tief. Leuchtturm. Geh in die andere Richtung erstmal. Vielleicht finden wir das. Was für leuchtet das? Geil, ich habe es keiner. Oh, geil. So was dich auch. Die Brücke war eingestürzt. Ich musste einen anderen Weg zum Leuchtturm finden. Ich bin damit. Ich bin damit. Ich bin damit. Erstmal dagegen laufen. Und das ist's. Ich bin damit. Sie sind ein Witz. Ohne Ihren Lektor stimmte doch kein einziger lesbarer Satz. Nicht darauf zu gehen. Sie haben den Termin verwirrt. Nicht zu sagen. Die können mich nicht aufhalten. Ich erkannte, dass sie eine Figur aus der Geschichte war, an der ich gearbeitet hatte. Ich finde die Kameraführung richtig krass. Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Ach so, ich hab nicht so lange gemacht. Lauf, 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 lauf. Lauf! Läuf! 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 Ich will mich nicht mehr holen. Ich bin nicht mehr unterbrochen! Nassehls? Du siehst du ein Spass, du hast du geholfen! Hey! Hey, ich hab dir doch keine Zeit an lassen! Empfehlungsmutter! Oh nein! Ich saß fest es gab keinen kommen Die Hütte war eine Todesfall. Ich musste raus Die Hütte war eine Todesfall. Die Hütte war eine Todesfall. Die Hütte war eine Todesfall. Sie sind verletzt. Sie sollten ins Licht gehen. Nur dort sind sie sicher. Die Hütte war eine Todesfall. Die Hütte war eine Todesfall. Sie sind verletzt. Sie sind verletzt. Sie sind verletzt. Zeit. Ich kann Ihnen nur das Wichtigste zeigen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenanbau auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Man muss es so lange draufhalten, bis das Kreislein ist. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm. Sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden. Er ist eine Bedrohung. Er ist Ihr Feind. Ehe, nehmen Sie die Waffe. Ihr sterben Sie! Er hat fünf Schüsse gebraucht. Ein normaler Mensch, fünf Schüsse. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traumzeug. Danke, Mr. Eichmann. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. Ist den Typ gesehen? Geil. Er hat Steam-Errung geschafft. Danke, Steam. Ich will immer wieder auftauchen. Sie haben mich gescheitert. Ich würde das nicht gefährden. Raus. Sie laufen. Der Arme betrunken, der Typ. Ähm. Hey. Ich versuche meistens, mich normal zu halten. Ich versuche, mich normal zu halten. Ich versuche, ich versuche. Ich versuche, ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche gleich keine Sprenger. Ey, kurz. Ich versuche. Geil! Leuchtpistole. Bin ich mit. Benutze die aber noch nicht. Komm mir. Oh, wacht weg. Nach nach. Ja. Warte umdrehen. Warte umdrehen. Warte umdrehen. Wofen nach glänzen umdrehen? Was haben denn denn da noch so? Nicht die selben. Ist er noch blind? Geh mal zu dem Wagen. Das sind bestimmt. Damit kann ich ewig weitermachen. Ja, ja. Das ist gar nicht so schlimm. Ja, ja. Ach, neid schon. Ich denke, ich kann das noch nicht machen. Ich werde gleich. Was ist denn das? Das war die Ansage des Jahrtausends. Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. So viele dramatische Musik. Das Kau auszweifeln. Weil du, weil ich hier noch mal hatte, weil du ihre Platze gehörst. Geil, meine Augen. Freu dich, das ist auch ein Spaß. Ja, das ist auch ein Spaß. Sehr tolle Information, die sich keiner hätte denken können. Krass, hab ich dir auch gesagt. Ich schoss hier essen, ich schoss hier essen. Ich schoss tief. So. Warte noch. So. Und dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, Alan Wayne.